Evald Seidl 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 Und in dem Jahr hatte ich keinen Nachwuchs mit den Farbenzwergen vom Robin. Und dann hat der Opa gesagt, dann bekomme ich die und darf mit denen anfangen zu züchten. Und jetzt seitdem züchte ich mit den Farbenzwergen Havanna farbig. Also jetzt haben wir gerade gehört, der Opa, also du bist auch ein Enkel vom Ewaldseidel, also ein richtiger Familienzuchtbetrieb. Der Opa hat dann die Leidenschaft an der Kleintierzucht an die Enkel weitergegeben. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und ihr Macher, machst du das jetzt schon länger mit den Tierlern? Ja, also vier, fünf Jahre schon. Das klingt gut. Wie alt bist du, wenn ich frage darf? Zehn. Vierzehn? Ja. Dann hast du quasi schon mit acht, neun so angefangen? Davor hat uns halt noch der Opa immer unterstützt. Okay. Und du machst das wie der Robin, dass du dann nach der Schule dann auch dir Zeit nimmst für dein Tierlern zum Füttern? Ja, das geht. Ich hatte auch viel Stress mit der Schule, aber ich komme schon vorbei und gucke immer nachher. Und wo kriegt ihr das Grünfutter her? Habt ihr da irgendwie selber Fläche oder holt ihr das irgendwie in der Umgebung? Ich tue noch anbauen, Mais und Sonnenblumen für die Tase und auch noch ein Getreide, also ein Fartiner, soweit ich noch kann und machen kann. Ich tue das selber anbauen. So, jetzt sind wir im Haus vom Ewald Seidl. Und was finden wir hier? Ich habe es mal gezählt. Ungefähr in Summe zehn laufende Regalmeter mit Pokalen. Also das muss man erst mal erreichen. Jetzt steht natürlich der stolze Ewald Seidl hier mit so einer Plakette neben mir. Was ist jetzt das? Das ist eine Bundesplakette von der Stamm- und Hornerschau, wo ich mit der Nackthals die beste Stammkarte habe mit V. Jetzt hat er noch einmal was geholt. Das steht da drauf. Urkunde Ewald Seidl erhält auf der 35. nationalen Rassegeflügelschau in Zinsheim für besondere züchterische Leistungen auf 1,2. Was heißt das? 1 zu 2, also ein Hahn und zwei Henne. Okay, Zwerg, Nackthals, Schwarz, die Bundesplakette. Ist das die höchste Auszeichnung? Das ist die höchste Auszeichnung. Also müssen wir das andere jetzt weglegen, dass wir den stolzen Ewald Seidl mal sehen mit dieser Urkunde. Tolle Sache. Und im Hintergrund haben wir noch sehr viele Teller. Wie ist das? Immer wenn eine Ausstellung ist, kriegt man dann hinterher, wenn man teilgenommen hat oder wenn man einen Preis gewonnen hat. Das ist jetzt von der letzten Kreisfliegelschau Plakette, die man gekriegt hat auf der Kreisstrau in Berghausen. Und da gibt es immer dann irgendwie, wenn man eine Sammlung oder Dings hat, kriegt man Plakette für jede Ausstellung. Und wenn man besonders gute Tiere bei der Ausstellung hatte oder prämierte Tiere, dann gibt es eine Urkunde? Ja, meistens, wenn es mit V-Tielen gibt es dann so eine Urkunde vom Verband und vom Landesverband, wo das ausreichend wird. Und nach was für einem Kriterium haben Sie es jetzt bei sich hier daheim im Haus sortiert? Jetzt nur nach der Wertigkeit? Normal, wie es halt gerade passt. Wie es passt. Jetzt gehen wir mal dann vor das nächste Regal, dass wir sehen, dass wir noch hier viel mehr haben. So, jetzt stehen wir schon vor dem nächsten Regal. Auch hier wieder sehr viele Pokale. Wir sind jetzt alle ein bisschen kleiner, also ich denke, ja, sind sortiert nach optischen Gesichtspunkten. Ist da was besonders noch zu sehen? Ich muss mich besonders stolz darauf sehen, Herr Seigl. Ja, das ist jetzt zum Beispiel der beste Hahn in der Stamm- und Hahnenschau 1900 und der 17. badische Stamm- und Hahnenschau in allem vom Zuchtbuchbaden. Da habe ich da den besten Hahn gehabt von der Zwergbahnenfelder. Okay, das sind auch relativ neue Sachen dabei. Hier sehen wir gerade zum Beispiel Goldene Ehrennadel im Jahr 2003. Und hier Jubiläumsband, 60 Jahre Zuchtbuch Baden. Oh, nicht das, was runterfällt. Auch recht neu, 2009. Ja. Und was haben Sie gesagt, seit wann? Seit 1966. Und an wie vielen solchen Ausstellungen haben Sie mal ganz grob geschätzt teilgenommen? Also ich möchte sagen, jedes Jahr habe ich ausgestellt, egal ob Hase oder Hühner. Ich glaube, nicht einmal, dass ich nicht ausgestellt habe im Jahr. Und bei den Hühnern sind Sie ja spezialisiert auf diese Rasse der Barnefelder. Der Barnefelder, ja. Ich habe einmal nachgelesen, weil ich habe ja von Ihnen auch Barnefelder gekriegt und bin großer Fan der Barnefelder Hühner geworden. Das ist eine holländische Zweighuhnrasse eigentlich. Ja, wo also da rausgezichtet werden, dann kommen verschiedene Farbeschläge raus. Das ist jetzt ein blauer Hahn und dann haben wir schwarze und doppelt gesäimte Barnefelder. Das sind ja wunderschöne Tierlein. Die sind eigentlich ein bisschen kleiner wie normale Legehenne oder normale... Ja, das sind ja Zwerg. Zwerg, das gibt ja Zwerg und normale Hühner. Die legen aber eigentlich genauso viele Eier wie normale, nur sind die Eier halt ein bisschen kleiner. Ja, und wenn eins nicht reicht, nimmt man zwei. Dann isst man halt zwei zum Frühstück. Und die Freude an der Kleintierzucht, die ist denen drei wirklich anzusehen und anzumerken. Und das ist, denke ich mal, ein ganz großes Glück für unseren Ort, dass wir so engagierte Züchter hier haben. Und dass der Nachwuchs dann auch da ist. Wir klagen ja überall über den Nachwuchs, dass die Jungen sich weniger für die Tierlein interessieren. Wie ist das allgemein? Wie schätzen Sie das, Herr Seidl, mit dem Nachwuchs? Gibt es genug hier im Ort, die sich dieses Themas annehmen oder könnte es mehr sein? Es dürfte mehr sein, muss ich also mehr engagieren oder so. Wir haben Mitglieder im Verein, die haben auch Enkele, aber die tun sich um den Kleintierzucht gar nicht groß zu kümmern, dass sie ausstellen können oder so. Also das bedauere ich sehr, dass also Mitglieder auch Enkele haben und dass die also nicht direkt zichten und zur Ausstellung gehen. Umso mehr müssen wir dann Ihnen gratulieren, dass es Ihnen gelungen ist, die Freude am Tier, Ihren zwei Enkel beizubringen und dass die so jetzt dabei sind, so engagiert mit den Hosen. Und ja, da kann man sagen, nur weiter so. Vielen Dank für das Interview. Und ja, da kann man sagen, nur weiter so.